Musik Jo Leute und damit herzlich willkommen zum fünften Part von... Rocket League, Rocket League, Rocket League! Wer bist du? Mit wem spreche ich da? Äh, äh, ich bin dieser Jensen aus deinem, äh, äh, hier, Let's Play und so. Ah, Mensch, hallo, Adam! Hi, na? Krass, wer bin ich? Du, du bist, äh, du, äh, jetzt bin ich überfragt. Ist das so? Ja. Na gut. Ja, ich, während wir hier, äh, uns begrüßen, ja, du bist der Zul für immer noch, weißt ich? Und ich bin der Xenius. Was? Was? Ja, ist so, ist halt einfach so, kannst du nichts dran ändern. Ja, das ist mit meiner Automated Reality-Sonnenbrille und... Nein! 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 Ohhhh... Nein! Ohhhh... So, jetzt hier, äh, Rocket League, nicht, äh, Deus Ex. Nein? Ja, nee. Sieht aber so ähnlich aus. Nee. So ein PlayStation Network-Spieler. Ja, komm. Meine absolute Lieblingsmap. Jawohl! Nicht. Dazu muss man auch sagen, dass wir hier die meisten Rocket, äh, die meisten Ranked-Spiele verkackt haben. Komm! Oh, du bist ein Lapp. Ägwes. Aber wir hatten ja auch schon sehr lustige Momente auf dieser Map. Mensch. Ich denke mal, das könnte man am Ende des Spiels vielleicht noch ein bisschen zufügen. Ja, äh, da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, ne? Ja, doch. Das... Ach, nee, also... So als kleiner, äh, Special für die, die bis zum Ende bleiben. Ja. Nein! Oh! Ich dachte, du gehst doch noch ran. Ja, dachte ich auch. Oh! Alter, alter! Pfff! What the fuck?! Ja, äh, äh, das ist jetzt mein zweites Tor. Ja, ja, ich merke schon. Du bist, du bist nicht mit mir. Du bist gegen mich. Ja. Das finde ich nicht fair. Das finde ich einfach nicht fair. Ja, weißt du, du brauchst ja auch mal die Herausforderung. Ja, aber du musst ins blaue Tor jetzt spielen. Ins blaue, ja. Nicht ins orangefarbene. Achso! Ins blaue, bitte. Echt? Mhm. Das wäre gut. Achso, na, weil ich hinten immer blau sehe bei meinem Auto, dachte ich, ich wäre im blauen Team. Nee, 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 nee. Achso. Ja, das wusste ich nicht. Ja, ich merke schon. Ja, gut, dann... ...wärde ich es nochmal so versuchen. So musst du es machen, weißt du? So. Ja, so wie der Gegner, das mache ich auch immer. So wie der Gegner, das mache ich dich auch immer. Ja, aber trotzdem, schön ins blaue, ja? Immer ins blaue. Egal, was passiert. Aber... Ich habe das nur gemacht, wie der Gegner auch. Ups. Es ist sehr still geworden. Ja, ein bisschen, ne? Nein! Oh, nein! Ey, du sollst mir doch jetzt nicht mehr... Achso, nicht! Nein! Ich fand es aber lustig, dir jetzt... ...wahl du zu sein, ne? Nein! Nicht! Ist es nicht so witzig? Scheiße! Also, ich selber zu sein? Ja, ich merke schon. Macht keinen Spaß. Kein Problem. Schreibt er. Grace. Alter, nicht, dass wir jetzt beide gegenseitig... ...gegeinander spielen. Ja, ne, das wäre nicht so gut. Ja, komm, zieh! Zieh! Nein! Ich werde abgedrängt. Ich gebe doch nicht. Nein! Nein! Oh Gott, ey! Was ist denn heute? Oh, das ist ganz... ...neine Ahnung! Äh, krass! Das ist... ...das kriegen wir sonst nie hin. Nee! Also, ich schwöre wirklich, wir kriegen das sonst nie so wirklich hin. Also, dass wir so viel Scheiße bauen, dass wir so viele selber reinhauen. Zwischen den... ...also, seit der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme, also ich meine jetzt nicht die fünf Minuten, sondern die paar Wöchen. Wöchen, ja, genau. Ja, ja. Anspielung auf die... Oh, letzte Folge. Jawoll! Nein! Jawoll! Wieso spricht er denn daneben? Jawoll! Ich dachte, der... Ich dachte, der Kleid ist auf voller Kanne rein, weißt du? Oh, Mann, ey. Ja, es... Es läuft wie ein Traum, läuft das. Traum! Also, wirklich seit der letzten... Krass, Aufnahme von vor ein paar Wochen und jetzt haben wir noch nie... Haben wir jemals ein Eigentor gemacht? Bestimmt schon irgendwann mal. Ja, aber nicht so extrem, dass wir so krass abkacken. Das ist so... Woran könnte das liegen? Tja. Das ist die Frage. So, jetzt hier mal wieder koordiniert spielen. Ich stehe im Tor. Ko-ko-ko-koordiniert? Genau. Ko-ko-ko-kordiniert. Ja. Er hat Kot gesagt. Böhm, Alter! Schön! Das war ein guter Ding! Das hat doch was anderes als ein Tore. Ja, ich kann sowas. Weißt du, ich hab schon zwei gemacht. Krass. Guck mal, zwei Tore nur noch und zwei Minuten noch, das kriegen wir auch hin. Ja, pass auf, ich mach gleich noch ein Tor. Ja. Ich sag aber nicht für welche Seite. Das ist 2,5, ich weiß. Damit rechne ich auch ganz fest, deswegen stehe ich schon am Tor. Ja, wenn du im Tor stehst, oder am Tor, dann heißt es ja, dass du wieder ein Tor machst. Nee, 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 nee. Das hast du ja falsch verstanden. Ja, ja, ja. Passt gleich auf. Ich, ne? Ist hier schon vor mir. Ich nicht. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt nicht, er kommt nicht. Er kommt. Oh, komm, ey. Dass der auch da perfekt dasteht, ne? Hui! Nein! Oh, nein! Denabik! Nein, denabik doch nicht! Boah, krass. Aber ich hab ihn. Ich nicht. Oh, Mensch. Kurz eingeditscht. Nein, nein! Oh, wo ist der zweite, wo ist der zweite? Der ist nicht da. Gott sei Dank. Nein, Alter, das ist doch... Oh Gott. Na, wenn er den nicht drin macht, dann weiß ich, wo nicht da. Jawohl. Und der macht's drin. Jawohl! Ach, es ist ein Traum, heute wieder für euch Spiele zu tun. Dürfen. So macht das doch Spaß. Joch. Ne. Wow. Mensch, dabei ist er richtig weit gekommen. Ja, natürlich. So wie immer. Jetzt ist er voller Konzentration, voller Konzentration. Voller Konzentration. Du und auch. Wow. Wow, ein Verfallungszieher. Ich bin in der Mitte. Nein. Oder auch nicht. Oha, der ist nicht so gut. Ja, du bist wieder ein Profi. Oh. Ey, es ist doch echt unmöglich. Was ist denn heute los, ey? Ey, ich weiß es nicht. Heute ist irgendwie nicht unser Tag. Ne, ich glaube... Brich die Aufnahme ab. Das kannst du nicht weitergeben. Tschüss, Leute. Macht keinen Spaß mehr. Haut er hin. Ne, haut er nicht hin. Vergesst es. Hatte ich nicht noch... Vorhin, wir sind besser geworden. Wo drin? Im Eigentore schießen? Ja. Wie man sieht. Ja, klar. Oder wir sollten einfach wieder Ranked spielen. Weil da sind wir ja gar nicht so kacke. Mal drei. Wenn ich hier so sehe, wie gut wir jetzt sind, möchte ich gar nicht erst Ranked anfangen. Ja, jetzt machen wir's. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Pass auf. Oh, dunkel. Oh, geil. Sterne. Pass auf, jetzt. Aber jetzt musst du bitte ins Orangene spielen, nicht ins Blaue. Ach so. Ja, das ändert sich manchmal. Weißt du was? Echt? Ja. Kann ich auch mal ins Grüne Tor schießen? Ich finde ins Grüne Tor schießen. Du kannst ja auch. Wird bloß ein bisschen schwierig, glaube ich. Wieso? Ja, ich weiß nicht, wo du hier ein Grüne Tor siehst, aber okay. Ja, aber du kannst doch hier mal den Entwickler anrufen. Du hast doch, du hast doch den Kontakt da drin. Ja, natürlich. Klar. Oh, der kommt gut. Ja, ja, nein. Oh Gott. Der geht drin. Der geht drin. Nichts. Boah, du bist ein Tier, Mann. Ja, diesmal kein Eigentor. Ja, jawohl. Krass, scheiße, doch. Krass. Ja, hoa. Jetzt, mach es. Da kam ja andere entgegen. Das war nicht so gut. Ja, ja. Komm jetzt. Oh, oh. Nein, das ist doch nicht unmöglich. Jetzt, ja, schön. Jawohl. Da stand da Gold, richtig. Mensch. Ist es jetzt etwa möglich? Könnte ich es schaffen? Alter, wir führen. Wir führen, Junge. Ja. Krass. Ich bin ja schon wie so ein Führer, ne? Ja, auf jeden Fall. Darf man das überhaupt sagen? Äh. Wenn du jetzt zu fern oder so? Ja, klar. Ja? Dass ich mich wie ein Führer fühle? Ja, weil du führst ja, ne? Ja. Ja. So habe ich das ja auch gemeint. Ja, na klar. Ja, komm. Es wäre schön gewesen, wenn noch ein zweites Tor gefallen wäre für uns. Nein! Nein! Was machst du denn? Ja, ich hätte auch... Selbst wenn ich geschlungen wäre, wäre ich nicht reingekommen. Hätte ich vielleicht mit einem Boost oder so. Höchstens. Aber selbst dann nicht. Nee. Ja, komm. Schieb hier drin, schieb hier drin. Nein, das ist daneben, Mensch. Ja, äh. Äh, ja, was? Äh. Da gibt es jetzt keine Ausreden. Äh. Und das ist die falsche Richtung. Das kann ich ja nicht bestimmen. Das machen die Gegner. Ja, das ist schlecht. Sei der Spielmacher. Mach das Spiel. Ja, hab ich doch schon. Jetzt mache... Oh nein! Der ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nein! Jawohl! So viel zum Thema Beführen. Ja. Ey, komm, wenigstens ein Spiel heute in der heutigen Aufnahme. Ja. Oh, Mann. Es kann doch nicht sein, dass wir hier irgendwie jedes Spiel jetzt verlieren. nur weil wir aufnehmen. Tja. Sonst muss ich noch sagen, dass, äh, YouTube schuld ist, dass wir verlieren. Ja. Wir müssen YouTube anzeigen. Ja. Das machen unsere Gewinn-Verlier-Rate schlecht. Ja, oh nein! Der war... Fast. Nein! Nein! Zu hoch! Das gibt's nicht! Jawohl! Jawohl! Wir sind zu unfähig, das Ding da reinzuhauen und die machen einen Eigentor. Schön. Ach, schön. Ach, krass. Es ist eine Chance, wieder da zu... Jawohl! ...zukommen. Nein! Ach, schön. Nein. Komm, bitte, mach es. Nein! Das hier wird nicht. Du sollst das machen. Das machen, haben die wieder eine Chance, ein Tor zu machen. Nein, krass. Du versaust das Spiel. Komm, da wärst du noch reingekommen, Mensch, also. Ja. Das ist echt unglaublich hier, was hier passiert. Das ist echt unglaublich, meine Damen und Herren. Boah, ich dachte schon. Ja, natürlich, natürlich. Oh! Schön. Ich glaub's nicht, sie haben kein Tor gemacht. Spielen nach vorne. Spielen nach vorne. Spielen nach vorne. Spielen nach vorne. Nein, quatsche Richtung. What? Ah! Immer mit der Ruhe. Nein. Das wird noch was? Das wird noch? Das wird noch? Das wird noch? Hau ihn rein! Hau ihn rein! Nein, bin nicht reingekommen. Das wird nicht reingekommen. Ja, komm. Wir brauchen noch ein Tor, mindestens. Komm schon. Bitte sei gnädig. Ja, 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 ja. Ja, schön. Yes. Ich stand genau da, wo er rinkam. Und ich stand genau da, wo der Ball ist. Ich kann hier sehen, wo er hinkommt. Ich hab's hier sehen. Schön. Aber das bringt nichts. Ich weiß. Muss schon den Ball schießen. So wie ich es mache. Oh, oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Ja, 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 komm. Das war ganz gut, das war ganz gut. Nein, natürlich war's nicht gut. Sorry, sorry, guter Pass. Was? Ein guter Pass. Ich fahre also doch gar nicht. Warum brauche ich einen Pass? Ja, komm. Ja, 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 ja. Jawoll. Oh, schön. Boah, nice. Wir haben wieder die Führung übernommen. Ist das möglich? 28 Sekunden lang. Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube noch nicht dran. Nein. Ich glaube auch nicht. Oha, der kommt schon viel zu weit zu uns. Der geht wirklich... Der geht... Oh, oh, oh. Oh. Ich glaube es nicht. Jetzt, jetzt noch in. Noch in. Ich hab kein Tor, bro. Spring einfach. Spring. Ja, er hat zu spät gesprungen. Ich, äh, trau mich nicht mal zu springen. Ja. Wir müssen es ja einfach nur halten. Wir müssen ja kein Tor machen. Oder wir vielleicht noch... Na, schade. Ich globs ja fast ja nicht. Ich globs ja fast ja nicht. Ja, haben alle Spielen gewonnen heute. Ich hab eine Ruhschaft freigeschaltet. High five, Junge. High five. High five? High five. Nee, den Schein gucken wir nicht. Nicht? Nee. Nee. Nicht? Ach, so. Nach einer... Sehr, sehr packenden Partie. Ja, ja. Die erste, die ignorieren wir immer einfach gekonnt. Ja, sagen wir einfach, wir haben gut Tore erzielt. Ja, ja. Ich muss ja nicht sagen, was für Tore es waren, aber wir haben Tore erzielt. Ja, wir waren echt gut im Spiel. Also, Tore sind gefallen. Mann, stark. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, wir sehen mehr Tore von uns im gegnerischen Team im nächsten Part, weißt du? Ja, echt? Ja. Na gut, dann hoffen wir das mal, ne? Also, ich würde sagen, tschüss Leute. Zul für Let's Support. Tschüss. 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 Vielen Dank.